Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass bei so vielen Schweizerfamilien jeden Morgen Midi-Konfitüren auf dem Tisch steht, ist sicher kein Zufall. Fachleute von Midi sind ständig daran, auch die beste Konfi noch besser zu machen und lassen die neuen Rezepte durch kritische Konsumenten testen. Das Ergebnis sieht man hier. Die Midi-Konfit ist jetzt noch fruchtiger geworden, voll von lustigen Fruchtstücken. Und auch für Abwechslung ist gesorgt. Midi-Konfit gibt es in einer riesigen Auswahl und es hat bestimmt auch Ihre Lieblingssorte darunter. Wenn Sie noch Ferienfilme haben, um zu entwickeln, dann sollten Sie diese jetzt ins nächste Coop-Center bringen. Der Coop-Fotoservice offiert Ihnen nämlich die erste Kopie im Normalformat besonders günstig und Sie zahlen natürlich nur die gelungenen Aufnahmen. Gerade anschliessend ziehen Sie noch die Sonderangebote von Coop und ich möchte mich jetzt schon von Ihnen verabschieden. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Bei Coop kriegen Sie jetzt Küchentücher in verschiedenen Farben und Dessins, drei Stück nur 7,50. Modische Herrenhemmli in verschiedenen Farben und Dessins für nur 16 bis 19 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Dosen Coop-Champignons de Paris statt 2,60 für nur 2,20. Coop-Fleisch-Basteten Delicatesse, Kalbfleisch oder Schinken, eine Dose nach Wahl statt 1,45 nur 1,10. Ein Liter Coop-Mineralwasser statt 50 Krabben nur noch 40 Krabben. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag neue inländische Herdöpfel in Tragtaschen an 2,50 Kilo nur 1,65. Auf Wiedersehen!